Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute auch mal wieder der Kai. Hi. Und wir wollten heute, also wir versuchen heute ein Nether-Portal zu bauen. Dazu brauchen wir Kohle, Steine und Erde. Kannst du mir einen Dia geben? Warum? Für was? Äh, damit ich eine Diamantspizzicke bauen kann. Ich kann mir schon eine Diamantspizzicke bauen. Ja, aber ich noch nicht. Ja. Warum? Riesenschleim. Riesenslime. Ich komm. Slime. Slimey verbrennt. Ich verbrenne hier gerade. Ich bin tot. Ist das okay? Nein. Oh. So, ich nutze mal ein zweites Mal tp'n. Also, ähm, wir dürfen uns, ähm, nur dreimal in kompletten, hier komplett tp'n. Also, ähm, ich vergiss immer den Namen. Ah. Leute, tut mir leid, wenn ich immer so lange überlegen muss, aber... Von den ganzen Episoden hier. So, jetzt hab ich's. Gut, man, alles noch ist gut. So. Aber jetzt müssen wir halt erst einmal... Nein! Was? Oha. Du hast jetzt ernst schon eine Diamantspizzacke. Ja, und ein Diamantschwert. Kannst mir noch einen Dia geben? Ähm, wenn du mich erst tp's so, das giltet nicht. Die Kuh macht nur... Äh, wo bin ich hier? Wo? Bei mir. Da. So, dann... Als ob du hier nichts das Gold siehst. Und zack, haben wir ne Diamantspizzacke. Ich hab dir schon längst einen. Danke. Yo. Da gut. Hier muss jetzt ein. Ich weiß gar nicht, für was ich Lava mitgenommen hab. Okay. 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 Und Leute, es tut mir auch leid, dass ich die ganze Zeit so ähm, ähm und so sag. Ähm. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich mit dem Kai Videos mach. Und... ja. Warum stärke ich immer in die Lava? Lach nicht. Das hier ist doch safe in einem Bug. Das ist... Das ist... B-Milch. Nein. Das ist... Diesmal jetzt aber. Ja. Aber... Aber... Guck mal. Guck mal. Äh... Ja, hier ist es wahrscheinlich. So, ich guck. Hier, guck mal. Das Verbackte. Warte. Ja. Das ist so verbackt. Was? Äh, cool. Hast du, äh, einen Flint? Ah! Was sagst du, du wärst das gerade? Ein Zombie. Flint? Äh. Ein Feierstein? Nö. Okay, das brauchen wir noch, um Zugang zur Hölle zu haben. Ja. Wieviel Obsidian hast du? Hallo, wieviel Obsidian... Äh, James? Ja? Hier ist gerade ein Bug. Ich flieg! Hier, hier bin ich gerade geflogen, so. Als ob. Hier bin ich gerade geflogen, so. Ja, aufmachen. Hier ist schon wieder nur ein Schleim. Äh... Ich hab Kieb. Peace. Ich hab ein Feuerstein. Cool. Wieviel Diamantos hast du noch? Eine. Shit. Okay, wir brauchen mindestens... Ähm... Zwölf Obsidianen. Slype? kuschte schmarr gut der soll sich mal verziehen hast du in deiner mitte platz wir haben nicht mehr viel überhaupt keinen platz kommt wenn hier schon lava ist kann ich ja auch schon ausmisten das behalte schmal jeder brauchen wir auch das brauche ich nicht das brauche ich nicht was braucht man überhaupt eine stein spitze wenn man die mann in der mann spitz gehabt ist halt so ich habe noch eine 1 wie viele ob sie die an hast du sieben Naja, gut. Dann reicht das eigene schon. Acht. Mir fehlt nur noch ein. Und ich hab ein Feuerzeug. Gut. Dann können wir auch die Hölle... Dann haben wir ab sofort Zugang zur Hölle. Leute, es tut mir leid, dass in der letzten Episode es in der Höhle zu dunkel war, deswegen baue ich mir jetzt auch Fackeln. Weil ich hab mir das Video selbst noch mal angeguckt und es war richtig dunkel. Tut mir leid, weil hier, wo ich spiele, ist es halt heller. Und dann dachte ich, es ist so auch hell, wenn man es guckt. Ich brauche noch Diamantos. Ich brauche halt auch mal wieder was zum Essen. Als ob du das Gott nicht angesammelt hast. Ja, uns fehlt noch etwas von... Ja. Es fehlt noch etwas... Äh, James? Ja? Du hast, glaube ich, das Rest spielt so. Guck, hier, hier, komm mal, komm mal. Ja, was ist? Bei meinem Bildfilm ist es so, dass es ein bisschen abhebt. Aber du kannst es nicht sehen. Warte, ich guck. Ne. Doch, aber das ist so bei mir. So, craften wir uns noch Sticks. Es soll ja schließlich nicht zu dunkel sein. So. 64 Fackeln. So. Kohle kann man immer mitnehmen. Ich habe Hunger, Schüttel. Hast du was zum Futtern? Äh, ja. Gebraten? Ja, aber nur zwei. Ich habe aber einen Ofen. Ja, ich auch. Wenn ich das will. Hast du auch hohes Fleisch? Ja, habe ich. Ganz viel. Kannst du... Ich habe Diamanten. Als ob, wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Wollen wir Diamanten uns teilen, ne? Weil ich... Fünf Diamanten auch. Wollen wir dir uns teilen, ne? Weil ich habe dir ja auch etwas gegeben. Das stimmt. Ich bin nichts mehr. Also, die Nether-Portal ist fertig. Faktisch? Ja, ich habe das hier gebaut. Ja, ab in die Hölle. Hier beim Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Warte, ich komme. Ich muss noch essen. Hö, 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 Hö. Hö, 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 Hö. So. Hey, James. Ja? Da will ich uns ankommen. Mit. Ab in die Hölle. Und hier ist... Ciao. Ah! Ich bin rausgefallen. Äh. Äh. Guck mal, hier ist Lava. Oh Gott, Hunger. Äh, ja, äh. Das nette ist ja auch, ist ja auch das Land der Lava, sage ich, es wurde noch nie gespottet vor Lava und so. Witz ja, das ist noch nie gespottet, ja. Ich ziehe am besten mal meine Rüstung aus. Sonst wird geböttelt. Shit, behalte ich mal. Karst. Schafeln und Steinschmeln. Da ist ein Enderman, wir brauchen die. Ja. Kill die. Nee, da versuchst du das. Komm, Enderman. Ich helf dir. Halbes Herz. Cool. Ich helf dir. Ey, wo wurde ich hier gespawnt? Lava ist, brauche ich im Moment nicht. Was hier? Ja, hier ist ein Faklin. Okay, ich weiß, was man... Nein, 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 nein. Shit. ich kraft mir jetzt noch mal ich glaube ich muss noch mal mein kraft ausmachen weil das hängt gerade bei mir ja also zu sehen da bin ich überhaupt nichts also dann würde ich sagen ich beende jetzt mal okay dann sehen wir uns gleich so leute da sind wir wieder ja der kei ist jetzt auch wieder drin ja kurz noch mal sein mein kopf er musste sein mein kopf noch mal neu laden weil weil alles gehängt hat und ja jetzt noch mal hängt denkt ja ich warte noch mal ein bisschen jetzt 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 nein 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 instan denn die labe das möchte spiel zu typen bitte bitte sonst ja wohl war ja komm mach also leute ich weiß nicht ob es so stimmt aber es im netter mehr endermann sind also bei der oberwelt ich weiß nicht ob es stimmt aber hier 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 wo ist jetzt nein hier ist ein gast brennst du schon wieder wir wollen hier anders so bescheuerten stelle gespawnt ich kann jetzt nur noch verrottete fleisch essen ich habe nichts mehr geschaut dass ich fleisch ist ich habe für dich ich habe für dich du dich euer lebensrotter ich hoffe es ist ja ich habe mir schleim ich habe für was keine ahnung ich habe ich frage dich also von meiner sicht aus brauchen wir es das war eine schlechte idee was oh man ich wollte doch einfach nur ein zombie pikmen kill und jetzt rennen wir alle hinterher und die machen mich die welt uns bei mir ja was konnten dann fischer das kunst dir so oh komm vas ein bisschen diamantos suchen damit es nicht dunkel wird für euch extra nochmal facken hin Eisen wird es dann kommen wir jetzt nicht unbedingt ja ich bin hier gerade ein weg und ich bin hier bei die andere seite er ist jetzt meine niederfestung und für gläser oder wie dieses zeug auch heißt hier ist ein ließ seit wann wir etwa in der wüste das ist doch gar nicht also ich glaube ich glaube gerade nur im kreis ich bin mir aber nicht sicher cool ich bin jetzt das ist einfach eine schaufel aus diamanten ich habe mir aber gerade eine diamantschaufel aus noch jetzt ausmachen nein, 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 nein komm, stell dich neben mich so, das war es mit der folge minecraft adventure und entschuldigung, würde ich sagen, ciao